Und nach diesem wunderschönen, tiefgründigen und auch langem Intro begrüße ich euch heute zu einem neuen Let's Play mal wieder. Mein zweites laufendes Projekt jetzt, Rayman Revolution. Ein Let's Play, was ich tatsächlich mal nicht angekündigt habe, was jetzt so voll eine Überraschung ist. Wir spielen heute Rayman Revolution und zwar, wie man schon am Titel erkennen kann, als Blind-Projekt. Ich habe Rayman Revolution noch nie gespielt, geschweige denn überhaupt irgendein Rayman. Das einzige, was ich mal gespielt habe, war... Gute Frage eigentlich. Eins für den Gameboy hatte ich mal. Oh, was war... Wie hieß denn das? Ich weiß es leider nicht mehr. Auch die neuen Raymans, wie Rayman Origins und Rayman Legends, habe ich leider nicht gespielt. Möchte ich aber auf jeden Fall nochmal nachholen, weil die Spiele hier so toll sein sollen. Und das hier ist ein etwas älteres Spiel. Erschien im Jahr 2000 für die Playstation 2 und ist eigentlich nur ein Remake des zweiten Teils. Rayman 2 The Great Escape. Äh, und ja... Mehr kann ich dazu jetzt auch schon nicht sagen. Rayman Revolution möchte ich spielen. Ähm, Blind-Projekt. Oh, ich habe nicht mal Start gedrückt. Irgendwann macht das wohl automatisch. Da sieht man Rayman in so einem Fass. Oder was passiert hier jetzt? Oh, eine Demo. Wie wunderschön. Das gucken wir uns doch jetzt mal ein bisschen an. Ähm, während ich weiterrede und philosophiere. Ähm. Jetzt bin ich gerade abgelenkt. Ähm. Anders als die anderen ist das hier auch ein 3D-Spiel. Das war ein wunderschön langes... Wunderschön langes Intro. Ähm. Möchte ich spielen, Blind. Deswegen geht wieder meine berühmte 100%-Regel. Ähm. Ich behalte es im Hinterkopf, aber ich verspreche es euch nicht, wenn es mir zu langweilig oder zu langwierig oder schwer wird oder sonst was, dann verzichte ich drauf. Ich werde natürlich mein Bestes geben. So, auch recht witz. Was ist jetzt falsch? Ich habe Start gedrückt. Oder habe ich das Spiel jetzt voll geschrottet? Das wäre ja immer genial. Ah. Okay, ich glaube im Intro ist die Musik ziemlich laut. Ich hoffe, er hat jetzt auch gespeichert meine Sound-Anstellung, die ich schon mal gemacht habe. Ähm. Also ich sage, eine recht interessante Geschichte, wie ich an dieses Spiel gekommen bin. Ich habe es meiner Oma geklaut. Nein. Meine Oma hat ja tatsächlich eine Playstation 2. Ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt. Nur für uns, Kinder, also für mich und meine Cousins, die wir öfter waren. Dabei war unter anderem drei Spiele. Das Spiel zu Italian Job, dann Crash Bandicoot Sonnens Cortex, was ich auch noch nie gespielt habe, und Rayman Revolution. Und diese Spiele habe ich mir jetzt mal mit nach Hause genommen, weil wir da eh nicht mehr Playstation spielen. Und da dachte ich mir, Rayman Revolution soll doch so toll sein, warum mache ich das nicht mal wieder ein Blind-LP, äh, von, weil ich ja schon so lange, weil ich schon so lange kein Blind-Projekt mehr hatte. Und ja, ich würde sagen, ich war ja lange Zeit in England, äh, England sei schon in Amerika, deswegen spielen wir jetzt auf England natürlich nicht. Wir spielen auf Deutsch. Äh, laden können wir natürlich nicht. Mal gucken, ob der Sound... Sprache. Hä? Hä, was? Raymanian? Ja, das Spiel hat übrigens auch eine Sprachausgabe. Ups, jetzt habe ich Italiano gemacht. Das wollte ich nicht. Und man steht da jetzt Texto. Testo. Ich habe ja Französisch in der Schule. Äh, Französisch. Spanisch meine ich. Da habe ich gerade Italiano gemacht. Achso, ich habe Italiano gemacht. Egal. Äh. Zurück bitte. Sound. Hat er nicht übernommen. Okay. Weil der Sound ist übelst leise. Deswegen... Ähm. Mache ich das mal laut. Und so hatte ich das, glaube ich, ungefähr. So, okay. Jetzt fangen wir wirklich endlich mal an. Äh, Namen ändern. Äh. Ich weiß nicht, ob das, äh... So gespeichert wird. Sorry. Nein, ähm. Äh, ich... Ich weiß nicht, ob wir dann umbenannt werden im Spiel. Aber es hat ja Sprachausgabe. Glaube ich nicht. Deswegen... Ja, jetzt habe ich es gelöscht. Wunderbar. Ah. Okay, ich würde sagen, wir nennen uns trotzdem mal Rayman, bevor hier irgendein Scheiß passiert. Wie gesagt, anders heißt er, als ich eigentlich heißen will. Äh. Bin ich jetzt blöde? Rayman. Okay, äh, start, ne? So, und jetzt kommt das wahre Intro. Und da ist irgendwie Rayman mit Loch Ness. Keine Ahnung. Ich habe es auch schon mal ein bisschen angespielt, ne? Deswegen. Den Anfang werde ich schon kennen. Und da, was haben die Piraten aus der Welt gemacht? Sprachausgabe. Einem Planeten des Bösen, voller Angst und Schmerz. Einen dunklen Ort mit grausamen Monstern. Seit sie dich gefangen haben, kann sie nichts mehr stoppen. Sie haben alles genommen und die Leute versklavten. Die Roboter streiten umher und schnappen alle Unschuldigen. Im Chaos haben sie das Herz der Welt gesprengt. Es stammt aus tausend Mums, die nun ganz verstreut sind. Wir werden schwächer, bald wird es zu spät sein. Flieh, Rayman. Du bist die einzige Hoffnung. Oh. Rayman Revolution. Ich mag das Spiel jetzt schon. Das gefangenen Schiff der Piraten. Kommandant Admiral Klingenbart. Klingenbart. Sklavenanbord 19.000. 19.000. Auf so einem Schiff passen so viele rauf. So ein kleines Schiff. Wach auf, Rayman. Ich sende jemanden zum Hilfe. Okay, jetzt mit ganz lauter Sprache geht's, weil ich schon getestet habe und die Sprache weiter runter war. Oh, da ist er. Oder ein Pirat. Da hat man echt nichts verstanden, weil die haben echt die Sprache viel zu leise gemacht in diesem Spiel. Und dann, 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 dann. Glowbox. Die alte Butterbirne. Okay, da hat man jetzt nichts verstanden. Wasser, Gnade, oh, oh, zu Hilfe. Oh, oh. Glowbox. Glowbox. Ich bin schwach und meine Kräfte sind fort. Sein Blick. Weißt du, Glowbox, das ist bestimmt das Ende. Nein, nicht Ende. Glowbox hat gutes Geschenk von Lyle. Lyle? Die Wege? Oh, ii. Einen Silberlubus. Den würde ich nicht mehr nehmen. Unglaublich. Ich finde, seine Energie muss erlassen. Lyle ist und errettet. Einen Auslauf in der Haare ein Schlagkind. Juhu. Juhu. Keine Angst, ich wusste, dass er das jetzt sagt. Okay, dann brich die Tür mit deiner Faust ein. Mach weiter, benutze deine magische Faust. Okay, was können wir denn alles? Wir können laufen mit dem linken Stick. Natürlich. Ich spiele natürlich wieder auf Original Playstation. Von Emulatoren halte ich nichts. Naja, jedenfalls nicht von Playstation-Emulatoren. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich glaube, die funktionieren nicht. Mit Viereck können wir kloppen. Mit Kreis können wir ebenfalls kloppen. Mit Dreieck, äh, Hut. H-U-D. Sat, machen wir auf. Ähm, mit dem rechten Stick kann man tatsächlich nichts machen. Die Kamera drehen wir mit R1 und L1. Ein bisschen komisch. Wenn wir beide gleichzeitig drücken, gehen wir in den Ego-Shooter-Modus. Können zwar nicht laufen, aber es macht nichts. So, habe ich schon rausgefunden. Ähm, mit L2 können wir so anvisieren, so Zelda-mäßig. Wir können dann, glaube ich, auch Gegner anvisieren noch. Ähm, ja. Auf. Äh, R2 machen wir nichts. Das war auch schon die ganze Steuerung. Können wir auch mit... Nö, mit dem Steuerkreuz können wir nichts machen. Okay. Kloppen wir das Ding auf. Gehen wir hier raus. Ah, ja. Ah, ja. Wir sehen schon die roten Dinger. Ja, ich denke mal, dass die Lebensanzeige da... Füllen das schon mal auf. Ist doch wunderbar. Brauchen wir eh nicht mehr. Wow, 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 wow. Ah. Glück gehabt. Nee, oder? Globox! To Trottel! Ah! Oh mein Gott. Wetten, das müssen wir auch noch machen. So ein Faster rollen. Oh, scheiße. Auf den Tisch. Oh, war schöne Musik. Oh, noch voll stoned. Statt einfach unten drunter zu gehen. Genau, Globox. Ah, und wir können aufs Neue spielen. Oh nein. Murphy. Ich weiß nur, dass er Murphy heißt. Nicht mit mir und dich verleiten. Gehst du nicht stein rechts, neben holen? Naja, das war eigentlich links. Oh, jetzt habe ich nicht rauf... Oh, jetzt habe ich außerdem weiter gedrückt. Sorry. Wenn ich hinfülle raus, gehst du nicht stein mit. Und ich werde nur kurz in deinem Geist erscheinen. Wenn dich meine Chips überwürdig... Stell dich neben den Stein und drückst du dich weiter ab. Ne, Aktionstaste oder was hat er gesagt? Ich werde weitere Anweisungen. Ja, wie gesagt, Stimmen sind ein bisschen leise. Ey, ist voll die Chillmusik. Ich hoffe, der Sound ist okay jetzt. Okay, ähm... Was können wir denn jetzt mal machen? Ich habe ja ein bisschen gespielt, ich weiß, was lang geht. Hier kann ich mal was Witziges zeigen. Wenn wir hochfliegen, sehen wir voll so ein Loch im Baum. Ich werde, das kann man super als irgendwie Glitcher oder so benutzen. Aber ich bin kein Glitcher. Dafür gibt es Hair Decay oder Ganon Kirby. Soll ich... So was brauche ich hier nicht. Da sehen wir ein Käfig. Verdammt. Verdammt. Er geht voll so. Super. Ein geheimer Ort. Ein geheimer Ort. Meine... Ja. Ups. Ganz böse Befürchtung ist, dass das so 100% mäßig ist. Weißt du, tausend Lums? Da links. Und... 80 blaue Lums. Ich weiß nicht, ob die einen speziellen Namen waren. Ich kenne mich im Rayman-Universum nicht so aus. Ich kenne nur Rayman, Globox, Murphy, die Lums und die Kleinlinge. Mehr kenne ich nicht. Ich fliege irgendwie automatisch ein bisschen nach vorne. Egal. Gehen wir hier mal rein. Ich kann nur hoffen, dass ich jetzt schon nichts oben vergessen habe. Okay. Ähm. Wow. Was ist das? Ach ja, dieser Mega-Moskito, ne? Macht der irgendwas? Und steht ja nur blöd in der Gegend rum. Geht zu sein. Dreh die Kamera mit L. Dreh die Kamera mit L2. Sieh dich mit L um. Da hast du recht. Das habe ich nämlich schon erklärt. Ähm. Okay. Da sehen wir schon. Unseren ersten Game Lum. Hier ist einer der tausend Game Lums, die das Herz der Welt bilden. Finden sie alle. Oh Gott. Wenn das wirklich Pflicht ist, dann ist es ein bisschen dumm. Ich werde natürlich mein Bestes geben, alle zu kriegen. Versprechen kann ich natürlich nichts. Dass es auch so gelingt. Die Kameraführung ist so ein bisschen komisch gerade. Muss ich mich erstmal reinfuchsen. Okay. Ähm. Nummer 2 von 5. Wahrscheinlich so in diesem Gebiet. Ähm. Nummer 3. Da unten war Nummer 4. Ich hab's gesehen. Was ist das denn? Okay. Hier ist nix. Äh. Drück in die Luft X und den Helikopter zu aktivieren. Ach ja. Genau. Das habe ich noch gar nicht erklärt. Wow. Ja. Toll. Rayman's Hands. Kennen das natürlich. Dass wir mit unserem Helikopter-Dings fliegen können. Rayman. Der hält ohne Hals, Arm und Beine. Gibt's ja eigentlich schon sehr lange. War ja schon für Playstation 1. Gab's schon Spiele mit ihm. Das weiß man gar nicht so. Weil die neuen Spiele sind erst wieder so richtig bekannt geworden. Davor war's, glaub ich, eher still um Rayman. Und irgendwie fährt grad draußen mit mir einen Trecker lang. Und ich glaub, den hört man jetzt. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Meine Güte. Ich spiel schon wieder wie der letzte Vollidiot. Ah. So, jetzt bitte nicht. Okay? So, ähm. Wo ist Papa? Who is your daddy? Oh nein. Nein. Fange nicht an zu ein. Oh nein. Ja, die Stelle kenne ich auch noch. Alter, die Musik ist so laut. Im Gegensatz zur Stimme, meine ich. No. Das ist aber mehr gut. Nein, 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 nein. Da gehen wir noch nicht rein. Bin ich schon reingegangen, ne? Hä, bin ich jetzt blöd im Kopf? Ich will da noch nicht rein. Ich will gucken, ob hier noch der andere gelbe Lungen irgendwo ist. Oder ob der erst kommt. Ups, ah, ah. Alter Schwede. Nur einmal umdrehen, Rayman. Mehr möchte ich gar nicht von dir. Und dann in die Kameraperspektive. Ego-Kameraperspektive, meine ich natürlich. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Und ich muss auch die erste Folge beenden. Dann gucke ich hier gerade nochmal. Aber ich glaube, hier ist nichts. Das hätten wir gesehen. Okay, Freunde. Die Wolken sehen irgendwie cool aus. Also mir gefällt das Gesang. Der Design gefällt mir. So ein bisschen World of Warcraft-mäßig. Auch wenn ich World of Warcraft noch nie in meinem Leben gespielt habe. Aber es macht nichts. Freunde, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Ich gehe nochmal hoch. Diese Stelle mag mich scheinbar nicht. Dann würde ich sagen, hier beenden wir die erste Folge von Rayman Revolution. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Ähm. Weil. Ja, warum eigentlich? Weil es blind ist. Und wir werden sehen, ob ich das Spiel leiten kann. Also Freunde, bis zum nächsten Part. Tschüss.